Dein Nachbar ist ein gemeinnütziger Verein und dieser Verein verfolgt ein Ziel. Er baut ein deutschlandweites soziales Unterstützungsnetzwerk für hilfsbedürftige ältere Menschen auf. Meine Eltern sind beide über 80 und meine Mutter hat sich schwer verletzt und kann sich definitiv nicht mehr helfen. Und jetzt war ich eben auf der Suche nach jemandem, der mir einfach eine Unterstützung gibt. Und auf meiner Suche bin ich eben hier auf den Verein gestoßen. Ich kann halt einfach nicht mehr. Ich brauche wirklich Unterstützung. Also mir ist das Alltägliche jetzt wirklich schon so zur Last, dass ich das kaum noch schaffe. Also ich engagiere mich sehr gern bei Dein Nachbar. Ich habe durch eine Anzeige sofort Feuer gefangen über diese super Idee, dass pflegende Angehörige entlastet werden. Weil um das geht es eigentlich. Ich möchte die Zeit, die ich übrig habe, anderen Menschen geben, die alleine sind und denen ich was geben kann. Es ist einfach besser. Man lebt besser. Man lebt wieder auf, sagen wir mal so. Der Mensch steht im Vordergrund und nicht das Geld. Ich habe nämlich die Möglichkeit, meine Einsätze als Punkte auf einem Konto gutzuschreiben und im Bedarfsfall, meine Mutter wird jetzt nächstes Jahr 80, diese Punkte einzulösen. Bin ich mal verhindert, kann ich anrufen und sagen, nehmt meine Punkte, helft meiner Mutter. Jeder hilft jedem und es macht sehr viel Spaß, dabei zu sein. Das ist halt eine schöne Sache. Ich möchte es ja nicht mehr missen. Mir tut es schon immer weh, wenn ich einmal nicht hinkomme. Und insgesamt muss ich sagen, es macht Spaß. Die Damen waren sehr engagiert, die haben genau zugehört, die haben aufgepasst, die haben nachgefragt. Und ich hatte das Gefühl, die sind bemüht, die bestmögliche Hilfe für mich zu suchen und möglichst zu finden. Die gehört einfach so und die ist ein Geschenk Gottes. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Unterstützung brauchen, wenn Sie uns helfen möchten oder wenn Sie uns fördern können. Kontaktieren Sie uns unter info.at dein-nachbar.de Das ist ein Geschenk Gottes. 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 Das ist ein Geschenk Gottes.